9-tägige Andacht zu Ehren des heiligen Judas Thaddeus, zweiter Tag, zu Ehren der Wunde der rechten Hand, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, zu Ehren der Wunde der linken Hand, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, zu Ehren der Wunde des rechten Fußes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, zu Ehren der Wunde des linken Fußes, Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesklamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geriebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesklamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geriebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesklamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geriebten Braut. Neuntägige Andacht zur Ehren des Heiligen Judas Tadeus, zweiter Tag. Vorbereitungsgebet. O Heiliger Judas Tadeus, du Apostel und Blutsverwandter, Jesu, Marie und Josef. Ich grüße dich durch das heiligste Herz Jesu. Durch dieses Herz lobe und danke ich Gott für alle Gnaden, so er dir erteilt hat. Durch dieses Herz bitte ich dich demütig und fußfällig, blicke mitleidsvoll auf mich herab. Verschmähe mein armes Gebet nicht und lass mein Vertrauen nicht zu Schanden werden. Dir hat Gott die Gnade verliehen, den Notleidenden und den hoffnungslosesten Anliegern, durch deine mächtige Fürbitte zu Hilfe zu kommen. O komme mir zu Hilfe, damit ich die Erbarmungen Gottes preisen kann. Mein Leben lang will ich dir dankbar sein und deine eifrige Verehrer bleiben, bis ich dir im Himmel danken kann. Lüternei zum heiligen Judas Tadeus. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel. Erbarme dich, unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt. Erbarme dich, unser. Gott, Heiliger Geist. Erbarme dich, unser. Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott. Erbarme dich, unser. Heilige Maria. Bitte für uns. Heilige Gottesgebärerin. Bitte für uns. Heilige Jungfrau aller Jungfrauen. Bitte für uns. Du Königin aller Heiligen. Bitte für uns. Heiliger Judas Thaddeus. Bitte für uns. Du wahrer Blutsverwandter Jesu, Maria und Josefs. Bitte für uns. Du glorwürdiger Apostel. Bitte für uns. Bestandhafter Apostel. Bitte für uns. Du glorreiser Apostel. Bitte für uns. Du wahrer Nachfolger Jesu. Bitte für uns. Du Liebhaber der heiligen Armut. Bitte für uns. Du Muster der Demut. Bitte für uns. Du Vorbild der Geduld. Bitte für uns. Du Lilie der Keuschheit. Bitte für uns. Du Flamme der göttlichen Liebe. Bitte für uns. Du Stern der Heiligkeit. Bitte für uns. Du Gefäß der göttlichen Gnade. Bitte für uns. Du Zeuge des Glaubens. Bitte für uns. Du große Wundertäter. Bitte für uns. Du Schrecken der Hölle. Bitte für uns. Du Säule der Kirche. Bitte für uns. Du Tröste der Betrübten. Bitte für uns. Du Zuflucht der Sünder. Bitte für uns. Du Helfer der Notleidenden. Bitte für uns. Du Mächtiger fürbitter. Bitte für uns. Du besonderer Patron in hoffnungslosen Anliegen. Bitte für uns. Du liebreicher Helfer und Beschützer aller deiner Verehrer. Bitte für uns. Jesus Christus. Erbarme dich unser. Durch die Verdienste des heiligen Judas Thaddeus. Wir bitten dich, erhöre uns. Durch seine Demut und Geduld. Wir bitten dich, erhöre uns. Durch seine Predigten und Lehren. Wir bitten dich, erhöre uns. Durch seine Wunderwerke. Wir bitten dich, erhöre uns. Durch seine glorreisen Naturertod. Wir bitten dich, erhöre uns. O du Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt. Verschone uns, o Herr. O du Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt. Erhöre uns, o Herr. O du Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt. Erbarme dich unser. Herr Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Lasset uns beten. Deine Majestät, o Allmächtiger, barmherziger Gott und Heiland. Flehen wir demütig an, die wir den Heiligen, den Judas Thaddeus, deinen auserwählten Apostel und Blutzuwandeln, mit ingeniger Andacht verehren, dass wir durch seine beherrlichen Verdienste und hilfreicher Fürbitte die Gnade deines göttlichen Segens empfangen mögen. Amen. Wie es der heilige Gertrud geoffenbart worden, macht es den Heiligen große Freude, wenn wir an ihrer Stadt Gott loben und danken für ihre Gnaden und Vorzüge. Die heilige Gertrud sah im Himmel viele mit den Verdiensten des heiligen Bernhardt geziert. Sie wunderte sich sehr, da doch diese Personen auf Erden nie solche Werke getan hatten. Aber es wurde ihr Grund getan, dass man der Verdienste der Heiligen teilhaftig werde, wenn man für sie Gott lobt und dankt für ihre Gnaden. Darum sollen die Verehrer des heiliger Judas Thaddeus die nachstehende Danksagungsandacht recht oft und mit Andacht verrichten. Der Heilige wird es ihnen reichlich lohnen. Lob und Danksagung. O süßeste Herr Jesus Christus, in Vereinigung des unaussprechlichen himmlischen Lobes, mit welchem die allerheiligste Dreifaltigkeit sich selber lobt und welches von ihr ausfließt auf deine gebenedeite Menschheit, Auf Maria, alle Engel und Heiligen, lobe, preise und benedeie ich dich und sage dir Dank für alle Gnaden und Vorzüge, So du deinem Auserwählten Apostel und Blutsverwandten Judas Thaddeus von ihnen hast. Ich bitte dich, du wollest mir, um seine Verdienste willen, deine Gnade verleihen und mir, auf seine Fürbitte in allen Nöten, zu Hilfe kommen, besonders aber in der Todestunde, mich stärken und schützen gegen die Wut meiner Feinde. Vater, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gibt uns Schulden und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Jetzt war im Anfang, so auf jetzt und aller Zeit und in ihr Geist. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, doch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria, mit dem Kind lieb. Uns allen deinen Segen gib.